Jetzt gucken wir auf einmal was wunderschönes, was wunderschönes, denn es gibt ein Best of the Internet 2020 von DailyDose, das heißt die besten Momente vom kompletten Jahr von DailyDose und da freue ich mich extrem drauf, da freue ich mich extrem drauf, besten DailyDose Momente von ganz 2020. Oh, jetzt einmal richtig, legt euch den euch zurück, genießt es, das sind die besten Clips aus dem Internet 2020. Und die Sachen von DailyDose sind immer eigentlich echt richtig geile Clips, so wow Clips. Oh, den kenne ich noch, der war wirklich ein starker Clip. Ey, ich glaube die meisten davon kenne ich sogar, ich habe fast jedes DailyDose Video geguckt, bin sehr gespannt. Jetzt nochmal so einen kleinen Rückblick zu sehen. Boah, das ist wirklich ein krasser Clip. Wirklich ein krasser Clip. Oh nein! Oh shit! Oh nein, oh nein, er springt das da runter. Oh nein! Oh! 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 Was ist da passiert? Achso, er fängt? Ah, er fängt die Wurst. Oh! Alter, kranker Typ. Kranker Typ. Oh, der Hund rastet aus, der Hund rastet aus. Pickle. 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 Four. Four. You are. Shut up, honestly. You're gonna, you know what? Next summer you're gonna be wearing your shirt. Oh nein! Jamin, which way did he go? Hahaha, er fährt aus dem Pfeil. Kai. No! 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 These students visited an elephant sanctuary, and this elephant slapped a phone away. Oh, 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 ich hatte gar keinen Bock gefilmt. Oh! Oh! Oh my gosh. Oh my gosh. Okay, I guess we don't get too close to- Oh my gosh, he moved! Oh my gosh, he moved! Oh my gosh, he moved! Oh my gosh! He moved! He went the f***! Oh! Jayden has one dollar bill, one quarter, and two pennies. How, how much money, how much money does he have? Jayden broke. Hahaha! 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 This guy was going for a drive in his convertible, when the roof flew right off. Let's go, let's go! Hahaha! Oh my god! Jesus! Excuse me. They're not toys. We know you're gonna say that. Hahaha! 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 Boah, ein riesen! Ein riesen Kanigel! This person can take their nose and push it to make it completely flat. Oha! Hat er keinen Nasenknochen oder was? Crazy. This is what the heartbeat of an artificial heart sounds like. Oh god, das kann ich mir gar nicht anhören. Oh god. Aber wir müssen jetzt. Oh, das finde ich. Also ich finde es super geil, dass die Technik sowas möglich macht. Aber ich finde es so krass, sich das vorzustellen. Diese Vorstellung, das immer so zu spüren, finde ich so krass. Aber trotzdem ist das was, eigentlich ist das was sehr, sehr positives. Weil ohne diese Maschine wäre dieser Mann vielleicht schon tot, weil er halt ein Herzproblem hatte. Deswegen ist es auf der einen Seite was wunderschönes, auf der anderen Seite ist es so schwer sich vorzustellen, dass du da eine Maschine im Körper hast. Schwierig, finde ich das. Schwierig. Und sie schwimmen zusammen, als ein giant group, um sich zu protecten von predators. Krass. This cat just got a brand new, automatic litter box. This person climbed to the top of this mountain in Switzerland, and got this incredible shot. Krass. Krass, krass, krass. Hey. Hey, boy. What's up? Er. Er. Seriously? Er. 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 so crazy oh nein oh nein diese fette katze nein oh mein gott und der typ dreht sich nicht mal um es ist ihm einfach scheißegal okay jetzt dreht es um das ist ziemlich nah oh nein this is called a sea angel which is a type of slug that can swim deep under water this building is using a giant screen to make it look like it's filled with water us no do it he just nice he doesn't know no it's okay come back they will look he just has to yeah das kind guckt einfach nur so du willst dich verarschen das ist mein job oh mein gott das finde ich es sieht zwar schön aus aber für mich ist das eine horror vorstellung das ist für mich eine horror vorstellung horror ich finde das sehr gruselig ich finde das sehr gruselig sehr gruselig finde ich das krank 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 oh mein undogg this pelkin a big hug oh das finde ich super süß Ja Diese Taube gönnt sich einfach Beste Leben Oh, der ist so süß Hat so süße kleine Finger und so So eine süße Maus Er versucht das zuzuhalten Janis Oh, das ist ein Baby Janis Say hi This photographer stabilisiert his camera in a way that showed the Earth rotating Crazy Crazy Did you hear the jingling of the sleigh And it's one of my favorite cells in the world Ohohoh nein Ohohoh nein These people watched the clouds roll over the hills in Australia This driver ran into a giant rock and didn't even really seem to notice Here's a dog that only has two legs but doesn't seem too bothered about it Oh, die kleine baby maus Oh, die kleine baby maus This tortoise loves to climb to the top of this hill so it can slide down on his belly Ohohoh I cannot with him This is what an airplane pilot sees when flying through a snowstorm This photographer likes to film the world and make it look super small This is called a hooded grebe and they have one of the most ridiculous courtship dances you will ever see This is a pair of stands to all the children Have you ever seen a baby wombat? Yeah In this video, I have seen you in the original video Oh Oh Some cars have built-in air jack systems to make it really easy to change the tires I have seen that's so krass Then come here these, these two Stangen raus And when that auto direct, eh, hochgestanden, steht And then can man the Reifen so wechseln, richtig krass Sau stark, oder? Das ist echt ne coole Sache, muss ich sagen Oh mein Gott, wie sieht diese Katze aus? Wie sieht diese Katze denn aus? I know 2020 was not a very good year for so many people My hope is that at least one clip from this video made you smile Or made your day just a little better So thank you again for watching And I will see you guys again very, very soon Later